Kloate Batak Ticermen Horas! Horas! Wir sind da. Guck, da sind wir. Und da müssen wir hin. Wir sind jetzt einmal so gelaufen. Aber wir werden auch so laufen. Also, ein kleiner Umweg. Oh, komm, Baby, ich trage dich. Du kannst nicht mehr. Oh mein Gott. Kalian harus liat, guys. Suamiku, Ideenya, da da aja. Das ist der Weg, wenn man einsteigt. Nein, 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 nein. Das ist der Weg. Wir gehen weiter. Wir gehen zwischen Park. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ich denke, nein. Wir gehen weiter. Oh mein Gott. aaaa at doch da 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 ... da 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 ... da 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 servicios da da ... da , da das beginnt da da dann schon mal So, wir sind in der Klinikum, ja? Was ist das? Oh, jetzt ist es warm. Es ist es warm. So, heute werden wir noch über die Sperma, ja? Wie ist es? Ja. Ja, Sperma. Udah jangan tabu dong kita kan di Jerman Kalo di Jerman kan ngomong-ngomong kaya gitu gak tabu lagi Jadi hari ini akan dilakukan lagi pengecekan Apa? Rabbit It's Vogel Oh iya ada kelinci liar disana Kelinci Kelinci Nord-Vlatan kalo dari kamera Gede banget tapi Gross ya Burung Sama burung dua dia main bertiga tuh Oh main apa anda Jadi hari ini Ini juga ada burung Burung Jadi hari ini akan dicek Spermolio Stefan lagi di pusat Klinikum ya Sentrum klinik Pusat klinik ya Jadi di sentrum klinik Nanti setelah itu akan Dikasitahu hasilnya seperti apa Nanti apa yang harus kita lakukan Di tahap selanjutnya dan segala macemnya Jadi Sauget Saugelkasten ya Da kannst du umschlafen Schatzi Ich berhahre heute über Baby Baby Wunsch Baby Baby Wunsch Wir fahren heute nach Münster. Wir sind ja schon in Münster. Ja, wir sind ja schon in Münster. Warum? Warum? Kenapa? Ich will nicht fucking around. Hahaha. Aduh. Apa? Apa lagi? Semoga anak gue, seperti bapaknya dah. Karena gak ada begini. Aku ist ja schon tot ja. Alles gut, aku tot. Karena suamiku ini orangnya, orangnya lucu. Lucu. Polas. Masuka marah-marah. Makanya aku berharap anakku nanti bisa seperti dia. Seperti bapaknya. Ich papa. Ich bin guter Papa. In Deutschland, we feel kostet musum bezahlen für baby. Welche baby? Für das baby, sobald ich weiß, war nur 3.000 Euro. Die hälfte bezahl ich. I pay only the half. The other half pay. Krankenkassen, was ist das? Insurance. Okay, the other half pay. Insurance? Normalnya 3.000 Euro, ya? 3.000 Euro. Normalnya biayanya 3.000 Euro. Tapi kalau di Jerman itu setengah dibayarkan sama pihak asuransi setengah kita. Das kommt aber auf den Eingriff drauf an. Was da gemacht wird. Es gibt zwei, die machen nur A, 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 A. Fack it all. Die zamen und packen sie in der Eizelle rein. Ich glaube, bei mir muss aufgeschnitten werden. Cut, cut, cut. Ich glaube, das wird dann teurer. Aber ich muss nur die hälfte bezahlen. Aber mein andere Arbeitskollege Ja, auf Englisch. Entar, da lagi yang nanya, translate nih, ya udah, mendingan mau pakai bahasa Inggris dulu deh, kalau depan vlog deh. Eh, my other friend have talked to me, him have paid 9.000 Euro. 9? 9,000? Okay. Him pay 9.000. 9.000 Euro. Temannya Stefan ada yang bayar 9.000. Aha. Eh, medikament, I must all pay alone. Karena, obat-obatannya harus dibayar sendiri. Temannya Stefan yang bayar 9.000 Euro. Normalnya sebenarnya sih 3.000 Euro, tapi kan, tergantung dulu kasusnya seperti apa. Kalau misalkan berat, eh, si istri atau si suaminya ada sesuatu, lalu pengobatannya, obat-obatannya, tar ada suntik-suntik segala macemnya. Itu yang membuat mahal gitu. Tapi tetep, eh, krekenkase bersalat hal, nah bayi Inggris. Tidak, di krekenkase bersalat di operasiun di befruchtung. Ah, di medizin, mustau selerah zain. Ah so, oke. Obat-obatan harus bayar sendiri, tapi kalau untuk eh, biaya dokternya, biaya operasinya, biaya, itu penggabungan, Und dann, die Sperma und die Seltene sind, das ist die Behandlung von der Asuranzierung. So, wie es das ist, dann? Das war's. Die Operation, die Künstliche Befruchtung, wird von der Krankenkasse bezahlt. Aber wie gesagt, die Medizin muss ich selber bezahlen. Und da alles zusammen hat ja 9000 Euro bezahlt. Also, ich weiß nicht was bei Ihnen gemacht worden. Also, ich weiß nicht was bei Ihnen gemacht worden. Okay, alles gut. Ich habe die Aus勸beben, dann geht's zu Urologen. Das ist das Urologen von Urologen. Dann geben wir aus dem Urologen zur Aus勸beben. Dann kommt hier zur Aus勸beben. Da Münster. Und ich weiß es, dass das vorher schon mal. Die Aus勸beben sind wir in der Aus勸beben. Wie meinst du das jetzt? Wie lange die ersten brauchen, dass sie befruchtet wird? Bis richtig lang, normalerweise. Das ist immer unterschiedlich. Okay. Okay. Wir verändern die Batterie. Tadig hat Rekam, die andere getaunten. Matojuka. Matojuka. Okay. Was sind das für Pilze da? Wow. Jumlah, jemurin sini guys. Kalau mau liat jamur Gede banget ini jamurnya. Wow. Ini juga tuh ada. Wow. So nanti setelah dari dokter, aku akan nge-vlog lagi. Aku pengen tau hasilnya seperti apa. wenn wir in der Videobeschreibung wenn wir in der Videobeschreibung dann kann man nicht mehr Okay, so thank you Bye, bis zum nächsten Mal